Musik Seit 50 Jahren kümmert sich Helmut Schröer um die Schützenhalle der St. Johannes Bruderschaft in Langenholthausen. Zu seinem Abschied als Hallenwart gab es während der Jahreshauptversammlung eine besondere Ehrung. Eine Ära geht zu Ende. Überschreiben könnte eine Formulierung, die oftmals viel zu häufig verwendet wird, die aber nach meiner Überzeugung heute voll zutrifft. Ein Amt, das du, Helmut, an den fünf Jahrzehnten nicht nur ausgeübt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch gelebt hast. Wir reden heute über eine Zeit ehrenamtlicher Tätigkeit, die die Dauer eines gesamten Berufslebens überschreitet. Ich denke, das rechtfertigt ist, dass wir uns dafür etwas Zeit nehmen. Und ich will mal versuchen, auf die unterschiedlichen Aspekte deines Wirkens, Helmut, auch unser Vorstandskollege und Hallenwart einzulegen. Und wir wollen oder nicht, mehr geht in diesem Bereich nicht. Verdienter Bürger von Langenholthausen bist du auf unseren Vorschlag eben schon vor sechs Jahren geworden, sodass wir bei etwas ganz Individuellem gelandet sind. Wir haben aber viele Fotos aus den letzten Jahren, einschließlich der schönsten Augenblicke, deiner Abschiedsfeier in einem Bildband zusammengefasst. Und, da sich Marco umgekümmert hat, muss ich nicht sagen, dass das natürlich in einer ausgesprochen hochwertigen, qualitativ äußerst hochwertigen Form geschehen ist. Doch das war noch nicht alles. Wer ist dafür, die Ehrenmitgliedschaft unserer Bruderschaft zu verleihen? Den darf ich bei uns anzeigen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Burr. Herzlichen Glückwunsch, Herr Burr.